Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was passiert als nächstes? Und du kannst dich bestimmt erinnern, letzte Woche waren Steezy und ich noch in der Arena zugange, wir beide mit unserem Jäger. Und ich habe gefragt, was als nächstes passiert, wer zuerst stirbt und der Diszi Priest wäre richtig gewesen. Ich hoffe, du hast richtig gelegen und ja, im folgenden siehst du jetzt natürlich das komplette Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und die Frage für diese Woche, die ich dir stellen mag, was passiert hier jetzt als nächstes? Ein Jäger und mein Hexer haben uns, wir haben uns auf der neuen 2 Quadratmeter Insel gebattelt. Entweder erstens, ich hau den Jäger sowas von aus den Socken jetzt mit meinem Gebrechenshexer. Oder zweitens, der Jäger haut mich um oder drittens, ein Allianzler mischt sich ein oder viertens, ein Hortler mischt sich da ein. Du entscheidest, nächste Woche weißt du Bescheid, was passiert. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Glück, viel Spaß. Ich bin raus und wir hören uns.